Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Oh, es ist mein Liebes! Ich weiß nicht wieso meine Page bitte behindert ist. Ja, Luca Knabe ist wieder mit dabei. Ich bin der Luca Knabe! Willst du mich mehr ab? Achso, und like dieses Video, abonniert dieses Video und tut die Glocke aktivieren und... Ich hab mein Finger gebrochen. Ja, schön für dich. Und tut mich auf TikTok überraschen, weil ich eine Woche oder zwei Wochen nicht da bin. Den... Da heiße ich von 9XD. Da heiße ich von 9XD. Oh, da heiße ich von 9XD. 2, 3, 3, 1. Hat so, ihr habt nur gebrochen. Achso, ja. Da merkt man sofort. Abonniert die rote Hand. Und... Abonniert die rote Haut. Junge... Okay, ähm... Willst du irgendwelche Werbung machen oder so für dich? Nee, warum sollte ich? Hast du einen YouTube-Kanal oder so? Nee, warum sollte ich? Hast du oder ja oder nein? Ja oder ja? Nein. Nein, nein, Gret, nein. Ich hab keinen Kombi-Land da. Ich geh auch vorhin nicht. Und seh da mein' zu. Digga, dieses Stadion hab ich noch gar nicht. Guck mal, ich bewege mich auch nicht. Du diese Route auf. Wieso willkommen da unten, denn? Guck mal, wo wir da unten sind. Ich auch nicht! Oder? Was argumentiert du? Ich bewege mich, gar nicht, nein! Ne, ich bewege mich nur! Guck mal, irgendwie kann ich meine zwei Konsole... Wenn die 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 Kabe nicht nennen... Hier landet ein Marshmallow. Marshmallow, Marshmallow, wir brauchen dich, Marshmallow. Hey, glaub mir nicht die Küsten. Wieder. Geil. Ich hab den hier gekriegt. Geil, ich hab auch hier. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Ich hab grad keine Waffe, Digga, hier ist ein Gegner. Jawohl, geil. Ich hab grad keine Munition, Digga. Hier ist Kegner. Oh, man hat Salz gejobbt. Marshmallow, boah! Bei mir. Hab ihn? Darf ich den? So, die Fall. Bin ich hier back. Geil. Bag in. Nix. Bisschen gar nicht. Sag jemand, das ist ein Galaxy-Skin. Ich weiß. Oh, ist das ein Galaxy-Skin? Ich kenn mich nie aus. Nein. Kein Galaxy-Skin. Das ist die... Das ist die... Das ist die Frau gewesen von French-Wall. Ach so. Die Frau gewesen von French-Wall, Digga. Von eher von Cringe-Wall. Hallo? Achtung! Ich war sehr rot, oder? Hallo eher von Cringe-Wall. Cringe-Wall. Ich kann ja auch sprechen. Cringe-Wall. Cringe-Boll. 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 Ich habe ihn noch nicht gekillt. Wie? Ich hab den nicht gekillt. Ja, wie ... Zeh, Junge. Ich habe ihn nicht gekillt. Er weiß nicht nicht, was. Er läuft auf freien Fuß rum! Die müssen wir dahinten. Corona-Time. Uhhh, hier was schönes kriegt ja ich auch die gegner war bisher nur ein bisschen die gegner der eine cringe der eine cringe roll ich sag einfach kein stroll wenn du dieses video siehst ich mag dich ich mag dich sehr ich gucke dich nicht aber ich mag dich ich mag jeden youtuber mehr verloren wenn du das siehst du bist ein geiler typ ja bitte und jetzt hätte ich so falsch an auf mir ich glaube mir ja nein nein bei looten und jörg mit leben oder sie ist ein bisschen weil er wird das aber jetzt gleich ist ein kannst du mich bitte auf dein video kannst du bitte auf dem video steigen also auf mich steigen okay aber ich habe einen abonnenten ich gucke niemand an das ist doch noch ein anfänger aber in der ersten tag in der ersten sekunde sofort der erste abonnent geiler die darauf reagiere ich mal nicht seit wann kannst du autofahren holen mich nie ich habe führerschein warte ich mach powerplay an wir sind die ja es ist der obstgarten ordnungsprozess ja jetzt habe ich ihn so weit nennen ich habe keine wappen ich habe keine wappen Das Auto kommt sogar rüber. Ehrenauto. Ich hab nur was. Der denkt jetzt so. Kannst du mir wenigstens einen Mund geben? Ich hab gar keine. Sie ist im Video. Ich hab wirklich gar keine. Gar keine. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Junge, du kannst du sein. Wo hast du das gemacht? Junge, wie dumm kannst du sein? Meine Schwester hat sich gerade rasiert und sie hat sich gespitten dabei. Ich muss. Kannst du ein Kleider anziehen? Das ist sowieso zu Ende. Nein. Es ist so wie Sausi. Bitte. Betreibe ich. Wir tanken das Auto voll. Jetzt ist das Auto voll. Wir tanken das Auto voll. Los. Tank jetzt. Tank jetzt. Hallo. Kannst du tanken? Nö. Das ist nicht nett von dir. Tank jetzt. Bitte. Nö. 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 Kann ich auch fahren? Ja. Ich erlaub's dir aber nur einmal. Nö. 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 Hey, du bitte! Nö. 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 Hier geht gleich alles so! Hallo? Jaaa! Alter, das war richtig schwul aus! Komm mal! Hust es an! Das Video! Au! Mensch! Experimente! Experimente! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Steig dir hinterher! Ey, was ist hier vorne los, Dicke? Was ist hier denn passiert? Hier hat jemand mal ganz schwierig ein paar Autos gefahren! Ich hör schon so, da, 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 die Gang! Ach nee, Alter! Schnell durchfahren, schnell durchfahren, schnell durchfahren! Ist so! Ich bin schon weg! Ich hab besser in der Luft! Junge, was hat das für ein Auto für eine Range, Dicke? Du musst es sehen! Du musst es ganz knapp sehen, Dicke! Komm, komm, was hat das auch? Range! Range, 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 Range! Und da sind anstelle! Wenn, noch mehr! Ich geh, ich geh kurz aufs Klo! Weil ich hab zu viel geprüft, Alter! Nee, Alter! Was, was holen denn die jetzt? Ja, ich kann ihn nicht helfen, ich muss aufs Klo, Alter! Ich geh kurz aufs Klo, weil ich hab zu viel geprüft, Alter! Nee, Alter! Was, was holen denn die jetzt? Oh Gott! Was? Hallo? Äh, hast du die besiegt? Nö. Ich hab die ein bisschen abgetrunken. Ja. Was war's? Wir können ja erstmal warten. Oh, da kommt sie! Da kommt sie! Da kommt sie! Wo denn? Ab mit! Nein! Scheiße! Junge, ich hasse die! Komm ins Auto! Warte! Da war die! Die sind blau! Die kommt zu mir! Oh, der eine ist richtig weiß! Ha! Der eine weg! Oh, der eine ist direkt neben mir! Komm, der letzte! Der letzte! Den Füchse! Den Füchse! Ich glaub an ihn! Nein! Waren wir neunter? Ach, Digga! Hat sich angefühlt wie Zehnter!